Radfahren ist gesund, umweltfreundlich und macht einfach Spaß. Georgenthal und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Apfelstedt-Aue haben in den vergangenen Jahren viel unternommen, um die Fahrradwege im Gemeindeverbund auszubauen. So wurde der Radweg auf dem ehemaligen Bahndamm zwischen Georgenthal, Friedrichroda und Tambach-Dietharz fertiggestellt. In landschaftlich reizvoller Umgebung sind Radwanderungen besonders für Familien mit Kindern ein besonderes Erlebnis. Vorbei am Kurpark der Gemeinde streifen sie auch das ehemalige Klostergelände mit dem markanten Kornhaus. Im Kurpark sind in den Sommermonaten die Sonntagskonzerte ein Besuchermagnet für Jung und Alt. Bei volkstümlicher Musik entspannen sie sich und werden auch mit Thüringer Spezialitäten umsorgt. Nur ein paar Schritte entfernt kann sich unsere jüngste Generation auf dem Abenteuerspielplatz die Zeit kurzweilig werden lassen. Der romantisch gelegene Spielplatz ist mit diversen Spielmöglichkeiten zum Klettern, Rutschen und Toben ausgestattet. Diese kleine Oase, fernab von Autos und Verkehr und direkt am Radweg gelegen, ist ein lohnenswertes Ausflugsziel für die ganze Familie. Lassen Sie Ihre Kinder spielen, lauschen den Klängen der Kurparkkonzerte oder radeln Sie auf unserem Wegenetz entlang herrlicher Natur hier bei uns in Georgenthal. Erholen, erleben, entdecken.